Achtung, Achtung! Hier spricht euer Landesvorsitzender. Wir lassen uns von der Bombengröhnung nicht beeindrucken. Die Polizei hat mitgeteilt, dass um 16 Uhr die Hunde hier sind und wir fahren versuchen, den Parteitag um 16.30 Uhr färb zu sitzen. Bitte bleibt hier. Auch das ist Solidarität. Das ist unser Zusammenstehen gegen die Antifa und den Terror. Das ist unser Zusammenstehen gegen die Antifa.